Liebe Freunde, ich begrüße euch zu meiner virtuellen Ausstellung. Ihr habt es ja alle geschafft, hier mit dem Handy in die Anwendung reinzukommen. Daher muss ich das ja nicht nochmal erklären. Dieses Bild habe ich jetzt absichtlich gebracht, denn es war im Jahr 2005. Da faszinierte mich diese Szene auf einer Party, wo sich alle noch in ein damaliges Handy reingeschaut haben. Da ging es eigentlich nur um Funktionen. Da war es noch nicht möglich, ins Internet zu gehen oder einfach nur eben ein Video anzuschauen. Ja, heute haben wir, sage ich mal, wieder ein ganz neues Zeitalter. Denn Augmented Reality ist gekommen. Furchtbarer Name, ich weiß es. Was heißt es? Es geht darum, die reale Welt, die wir hier um uns herum haben, mit der virtuellen Welt zu verbinden. Also ganz praktisch gesagt, jeder Gegenstand oder eben ein Prospekt, den ihr in der Hand haltet. Und wo ein Bild drauf ist, dieses Bild wird zum Code und dieser Code sozusagen weist darauf hin, dass ein Content vorhanden ist. Ein Content in Form einer 3D-Animation, ein Content in Form eines Videos. Ja, und nun möchte ich euch in meine virtuelle Ausstellung einladen unter dem Slogan lebendige Medien, lebendige Galerie, lebendige Ausstellung. Ich lade euch ein in meine Ausstellung, in mein München. Und ich möchte euch ein bisschen was darüber erzählen, was mich damals bewegt hat und warum es mir Spaß gemacht hat, diese Bilder zu malen. Vielen Dank.